hey leute willkommen zu einem neuen retro unboxing von mir und zwar habe ich mir ein spiel bestellt und das würde ich sagen packen wir mal aus und da ist das spiel einmal und zwar ist es driver 2 in der ersten ausgabe dann haben wir hier einmal das ganze spiel hier ist auch noch irgendwie so eine befragung und noch etwas zusätzliches und dann ist hier noch einmal eine andere cd ok die kenne ich gar nicht da kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts zu sagen was das ist komisch ja und dann ist einmal hier noch das ganze aber die cd kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen was es ist wird das irgendeine erweiterung oder so sein ich werde auf jeden fall mal in den kommentaren nach in der beschreibung schreiben was das ist findet sie die ja dann bedanke ich fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten video tschüss jetzt idos Untertitelung des ZDF, 2020